Wir haben eine neue Kaffeemaschine im Büro. Welche das ist, verraten wir später. Jetzt aber das Wichtigste zuerst. Wir fragen die Kollegen, ob denen der Kaffee überhaupt geschmeckt hat. Super lecker. Schmeckt, als wenn ich im Bistot trinken würde. Der Kaffee ist mega. Mich könnte noch ein bisschen stärker sein. Aber ich bin ein Kaffee-Junkie. Köstlich, lecker americano. Also der schmeckt wirklich richtig lecker, der Kaffee. So, wie versprochen, hier seht ihr sie. Unsere neue Kaffeemaschine ist der Kaffee-Vollautomat Crea Prime von Fresh at Work. Wir sind alle super zufrieden. Und wie sieht es bei euch aus? Welche Kaffeemaschine habt ihr im Büro oder zu Hause? Schreibt es mir gerne in die Kommentare.